Alexandra Kamp und Michael von Hassel haben sich nach mehr als 14 Jahren Beziehung getrennt. Das gibt die Schauspielerin selbst via Social Media bekannt. Wir haben uns getrennt, schreibt Alexandra Kamp, 55, am Mittwochmorgen, 29. Dezember 2021, via Instagram. Dazu teilt sie eine Reihe von Fotos, die sie und ihren Lebenspartner Michael von Hassel, 43, im Laufe der Jahre Seite an Seite zeigen. Alexandra Kamp gibt Trennung bekannt. Dass sich das Paar nach knapp 15 Jahren respektvoll und im Guten trennt, geht aus ihren weiteren Zeilen hervor. Danke, für wunderschöne 14,5 Jahre, die wir gemeinsam durchs Leben tanzen durften, so die rührenden Worte der 55-Jährigen, die sie ausgerechnet an ihrem Geburtstag veröffentlicht. Wir sind und bleiben einander verbunden. Sie lernten sich bei einer Hochzeit kennen. Alexandra Kamp und Michael von Hassel lernten sich bei der Hochzeit von Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe, 63, und dessen zweiter Ehefrau Nadia, 46, im Schloss Bückeburg bei Bielefeld kennen. Die beiden waren nicht verheiratet und sind kinderlos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017